Hallo liebe 1000 PS-Freunde! Winterzeit ist Tune-Up-Zeit! Was sollen wir denn in einem österreichischen Winter und Jänner auch sonst machen? Es ist schweine kalt, es liegt Schnee, da bleibt uns ja quasi nur ein Tune-Up zu machen und genau deswegen sind wir heute hier bei Honda Strutzenberger in Breitenfurter, der Nähe von Wien und bevor ich mir hier den Tod hole, gehen wir lieber gleich rein und legen bei der Maschine los. Kommt mit! So, bevor ich jetzt auf den Fahrwerksumbau, den wir an der Honda Africa Twin 1100 vornehmen werden, eingehe, hier beim Honda Strutzenberger ist ja auch Öhlins Partner und alter Fahrwerks-Guru, erzähle ich euch, warum wir uns für die Honda 1100 Africa Twin als Tuner-Bike entschieden haben für 2021. Zunächst einmal, was habe ich damit vor, was wird heuer mit der Maschine passieren? Im Vergleich zu sonst, wo wir vielleicht eher einen Rennanspruch oder Offroad-Anspruch haben bei unseren Tune-Ups, wird es bei dieser Africa Twin um ein Alltagsmotorrad gehen. Das klingt jetzt vielleicht zuerst einmal unspektakulär, ist aber vielleicht für den einen oder anderen von euch durchaus interessant. Ich werde damit genauso in Wien herumfahren, wie das Pendeln zwischen Wien und Wiener Neustadt, also ich wohne in Wien, vielleicht muss man dazu erwähnen, das Pendeln nach Wiener Neustadt erledigen und dann natürlich auch auf Tages-Tour gehen und in weiterer Folge später im Jahr sind dann auch größere Reisen mit der Africa Twin geplant. Dazu werden wir auch bei Hebka und Becker uns mit Zubehör bzw. Koffersystemen ausstatten, dazu aber dann in einem späteren Video mehr. Warum haben wir uns die normale Africa Twin ohne DCT und nicht als Adventure Sport ausgesucht aus Tuner Power? Das liegt an den Einsatzbereichen, wo wir die Africa Twin verwenden werden. Zum einen werde ich sie in Wien bewegen, deswegen haben wir die normale Variante mit dem schmäleren Tank, dem 18,8 Liter Tank gewählt, damit ich eben dort im Stadtverkehr besser durchschummeln kann mich. Ich werde sie aber genauso benutzen, um einfach damit ins Büro zu fahren. Das heißt, wir haben längere Autobahnetappen, werden dabei sein jeden Tag. Deswegen habe ich mir aus dem Zubehör das hohe Windschild, das jetzt hier noch nicht montiert ist, geordert und habe auch die Heizgriffe dazu bestellt, weil es halt doch in der Früh, wenn ich wegfahre, aus Wien noch relativ frisch sein kann. Zum einen wird die Africa Twin also als Alltagsgefährt und mein Berufspendlergefährt herhalten müssen. Zum anderen hoffe ich aber doch auch am Wochenende die ein oder andere Tagestour machen zu können und auch im Sommer vielleicht mit meiner Freundin am Sozius eine weitere Tour absolvieren zu können. Deswegen habe ich mir auch den Zuhörer in QuickShifter geordert. Der ist nicht serienmäßig, viele greifen ja gleich zum DCT, das ist aber dann doch noch mal erheblich teurer. Insofern auch die normale Variante, weil es preislich interessanter ist. Zudem wiegt das DCT-Getriebe zehn Kilogramm mehr und es ist auch so, dass wir die Africa Twin dieses Jahr in einigen Vergleichstests dabei haben werden und dort ist es natürlich angenehm, wenn man einmal das Schaltgetriebe gegen Schaltgetriebe vergleicht und nicht so, wie wir es heuer gehabt haben. Oft die DCT-Variante, die ich sowohl in der Standard Africa Twin als auch in der Adventure Sports unserem Dauertester 2020 schon gefahren bin. Beim Sozius Reisen ist das hohe Windschild natürlich auch ein gewisser Komfortgewinn. Zusätzlich werde ich die Sozius Komfortfußrasten von Honda montieren, damit der Sozius beim Mitfahren die Position seiner Füße ändern kann und dadurch ein angenehmeres Sitzen und längeres, angenehmes Reisen möglich ist. Welche Teile habe ich noch geordert? Zum einen haben wir hier die 2021 Africa Twin das erste Mal die Standardvariante in der Tricolor, in der Pearl White Tricolor Lackierung, die mir optisch wirklich am allerbesten gefällt von allen Varianten und ich sehr froh war, wie die heuer dann für die Standardvariante verfügbar herausgekommen ist. Zum anderen werden wir die Kühlerschutzgitter unten, die normalerweise standardmäßig in Plastik schwarz gehalten sind, in die Metallvariante tauschen. Das sind aber wie gesagt reine optische Aufhübschungen, die ich mir da eingebildet habe und zu guter Letzt werden Felgensticker auf die schwarzen, eher unauffälligen Felgen kommen, damit es für mich ein rundes optisches Gesamtbild abgibt. Zu guter Letzt werden wir auch die Reifen, die seriemäßigen Bridgestone AX41 gegen die Conti Trail Attack 3 tauschen, weil ich hauptsächlich und Focus on Road mit dem Motorrad unterwegs sein werde. Jetzt habe ich euch schon grob umrissen, was ich mit der Africa Twin heuer so vorhaben werde und ihr seht, das ist ein breiter Einsatzspektrum. Von Startfahrten bis hin zu Touren zu zweit, da kommt ein Standardfahrwerk vermutlich an seinen Grenzen. Deswegen sind wir heute hier beim Honda Strutzenberger, der auch Öhlins Partner ist, um dieser Africa Twin ein Fahrwerk zu verpassen. Doch dazu werde ich den Strutzes gleich persönlich ins Bild holen, damit ich mit ihm die Details kläre. Ja hallo Franz, danke, dass wir da sein dürfen. Erklär uns doch ein bisschen was, was für ein Öhlinsprodukt werden wir denn hier verbauen? Also, nachdem du ein bisschen ein Fahrwerksupdate willst, werden wir da eine optimale Sache daraus machen. Und zwar bauen wir die Gabel, die komplette Öhlinsgabel D48er FHU 101 sein und das Federbein HU 649. Beim Federbein handelt es sich um ein altbewährtes Öhlinsystem. Einfach, sehr effizient, sehr gut einstellbar, sehr individuell einstellbar und einfach. Bei der Gabel ist es ja so, das ist ein Komplettangebot, hat 48 mm Standrohrdurchmesser, passt in die original Gabelbrücken. Die Systeme sind geteilt. Auf der rechten Seite hast du die Zugstufe, auf der linken Seite hast du die Druckstufe. Die Federvorspannung kannst du auf beiden Gabeln verstellen, individuell, wie du sie brauchst. Aufgrund von meiner Erfahrung werden wir das Ganze so einstellen, dass du das optimale Fahrgefühl, was dieses Motorrad hergibt, kannst du damit abrufen. Du wirst schauen, was hier für eine Verbesserung entsteht. Okay, da bin ich sehr gespannt. Also jetzt werden viele sagen, die Africa Twin, gerade das 1100er Modell, da wurde eh schon noch einmal am Fahrwerk nachgeschärft. Das Standard-Fahrwerk ist bei Honda nicht schlecht. Jetzt habe ich aber eben diese Anforderung, dass ich allein in der Stadt komfortabel mitfahren will, über die Autobahn vielleicht komfortabel und dann auch noch quasi im Attacke-Modus ein bisschen schärfer auf der Landschrasse allein und vielleicht auch sogar zu zweit mit Tourengepäck, mit Aufbau und so weiter. Ist das der Grund, warum man hier am Fahrwerk nachrüsten muss? Geht dann das Standard-Fahrwerk an die Grenzen? Naja, gut. Mittlerweile ist es so, dass die Japan-Fahrwerke speziell von Honda sehr, sehr gut sind. Sehr, sehr gut. Speziell bei der Africa Twin. Natürlich hat sich Öhlins bemüht, das noch zu verbessern. Und das ist auch gelungen. Nur ein verstelltes Öhlins-Fahrwerk ist auch nicht in Ordnung. Deswegen muss man es sorgsam einbauen und dich dann sorgfältig schulen. Das heißt, wir werden das auf dich und auf deine Sozia, werden wir das Motorrad auswiegen und dir das dann sehr gut erklären und bei Probefahrten auch weiter darstellen und dir weiter zeigen, was du aus dem herausholen kannst, damit du auch das abrufen kannst, was du willst. Und in dem Moment wirst du dann sehen, oha, dieses Fahrzeug inklusive guter Reifen ist ein Hammer. Okay Franz, ich verstehe aber, wo liegen konkret die Vorteile vom Öhlins im Vergleich zum Standard? Wo ist da der Unterschied ausmachbar? Also beim Öhlins wirst du dann merken, dass es sehr, sehr fein und gut anspricht. Und das ist eigentlich einer der Hauptgründe. Weil hier kannst du dann Kanaldeckeln oder Unebenheiten einfach überfliegen und das Motorrad hält den Kontakt zur Straße. Du wirst feststellen, das Vorrad klebt. Das vermittelt dir Sicherheit und trotzdem ist das Motorrad nicht weich und schwappelig. Es bleibt stabil, es bleibt komplett resistent. Öhlins hat nicht den Weg gewählt, eine utopische Sache zu erfinden, sondern einfach nur das zu verbessern, was beim Serienfahrwerk fehlt. Das gilt für vorne wie auch hinten. Und in dem Moment, wo du ein Ansprechverhalten auf das Ganze zustande bringst, hast du Grip, hast du Vertrauen für das Fahrwerk. Und das Fahrwerk und das Fahren mit dem Motorrad macht doppelt Spaß wie vorher. Okay Franz, ich verstehe jetzt. Kann ich mir als Fahrwerksleihe aber eigentlich gar nicht vorstellen, dass ich, wenn ich allein fahre und zu zweit fahre, trotzdem immer quasi das gleiche optimale Fahrverhalten bekomme? Ist das überhaupt möglich, ein Fahrwerk so einzustellen, dass es für den alleinigen Betrieb und den sozialen Betrieb mit Gepäck vielleicht auch noch tauglich ist? Jaja, das ist ganz einfach möglich hier. Du hast zwei bis drei Minuten Arbeit, die musst du opfern. Und das musst du auch machen, weil wenn du es nicht machst, dann funktioniert es nicht, weil dann ist es entweder auf zwei Personen oder auf eine Person eingestellt. Hier kannst du mit der Federvorspannung und mit dem Zug- und Druckstufenverhältnis, änderst du vorne und hinten. Und damit ist das schon erledigt. Und das ist eben der Grund, warum ich dir sage, das Fahrwerk ist nur so gut, wie ich es dir zeige. Wenn du damit optimal fahren kannst, dann setzt du dein Mädel hinten drauf und fährst die gleiche Strecke noch einmal. Und ich zeige dir die Schritte, die du machen musst und du wirst feststellen, boah, ich kann meinen Unterschied, wir fahren nur zu zweit. Jetzt muss ich denken, so ein Standardfahrwerk ist ja immer ein Kompromiss, weil es gibt Personen, die 50 Kilo wiegen, es gibt Personen wie mich, die eher das Doppelte wiegen, wenn sie in voller Montur auf dem Motorrad sitzen. Wie wird das Grund eingestellt? Also der Japaner tendiert eher zu einem weicheren Fahrwerk. Ein weicheres Fahrwerk, das aber durchschlagresistent ist, ist leichter zu handhaben, vermittelt mehr Sicherheit und mehr Fahrgefühl. Aber du kannst das dann nicht mehr überspringen. Entweder machst du dann es so hart, was die Möglichkeit vom Standard her bietet, nur dann ist der Komfort weg. Und das ändert sich bei Öl ins Gravieren. Okay, dann kenne ich mich jetzt so weit einmal aus und ich glaube, wir werden jetzt für die Zuschauer noch ein kleines Preview machen, wie du die Innereien einer Öl ins Gravier bearbeitest. Ja, ich werde da jetzt dieses Fahrwerk zerlegen, die Druckstufe, damit du und die Zuseher sehen, was ist hier drinnen eingepackt. Und das werde ich auch kommentieren. Und im Zuge dessen werde ich dir auch erklären, was ich bei dir an Kleinigkeiten mache, um deine 100 Kilo unterzubringen, damit Öl ins auch Öl ins bleibt. Okay, jetzt werden wir uns also anschauen, was da in so einer Öl ins Gravier alles drin ist. Franz, was haben wir da vor uns? Also Valentin, das ist die Druckseite, die Druckstufenseite von der Öl ins Gravier. Hier hast du die Kolbenstange, hier hast du einen Anschlaggummi, wenn das komplett ausfedert, damit das nicht hart gegen Metall schlägt. Hier kannst du die Längen variieren, hier hast du den Druckstufenkolben, das Shimset und das One-Way-Walve. Das ist der 30 Millimeter Zylinder, dieses Nix 30, Durchmesser 30 Millimeter. Und hier hast du eine Besonderheit, das ist ein zweites Druckstufenventil, ein Art Highspeed-Ventil. Wenn du einen richtigen Schlag auf das Vorderrad bekommst und dieses Shimset im Moment nicht ausreicht, diesen Schlag vollständig oder gut zu absorbieren, ergibt diese Shimset die Möglichkeit für einen Millisekundenbereich ihre Shimset das Ventil zu öffnen. Und du fühlst das als smooth in den Händen und nicht als hart und dir verschlägt es nicht aus Vorderrad. Ganz klar gesagt, du fliegst nicht runter. Also vereinfacht gesagt, das ist so eine Art Reserve, die ich da nochmal habe. Ja, ganz genau. Das ist eine Reserve, wobei die Druckstufe durch diese Reserve nicht überhart gestaltet wird, sondern das erledigt dieses Ventil. Und das ist eben eines der Punkte, warum dieses Fahrwerk sehr sensibel und sicher reagiert. Gut, Franz, damit man es auch für uns Laien besser vorstellen können, habe ich dich noch gebeten, die anderen beiden Teile, die vorher nicht dabei waren, zu holen. Was haben wir da noch? Also das ist die Gabelverschraubung oben und hier herinnen hast du den Druckstufenversteller, der mittels Klick dir anzeigt, wie viel du das Ventil geöffnet hast. Und mit diesem 14er Sechskant hier kannst du die Feder vorspannen. Nach Richtung rechts wird sie strenger, nach Richtung links wird sie weicher. Und in Verbindung dieser zwei Sachen mit diesem Schimpaket kriegst du das, was wir wollen. Sensibel, fahrsicher und trotzdem resistent für ein oder zwei Personen. Das heißt, mit der Feder vorspannend kann ich dann den 2 Personenbetrieb einstellen an der Gabel? Ja, ganz genau. So kannst du das. Und das ist das jetzt der zweite Schritt, wo ich dir gesagt habe, man muss dir das genau zeigen, was du machst. Wenn du das in die verkehrte Richtung machst, hast du einen Chance. Dann kannst du gut einstellen. Und das werden wir machen. Jetzt haben wir das gezeigt. Man kann sich das jetzt vorstellen. Jeder kann sich das jetzt vorstellen, was da passiert. Hier dazwischen kommt die Feder. Gut Franz, am besten Dank, dass wir da sein haben dürfen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann im nächsten Schritt weitergeht. Wenn wir bei unserem nächsten Besuch da sind, wird das Projekt schon viel weiter gedient sein. Und dann, wann glaubst du, werden wir die ersten Fahrten machen können? Wann glaubst du, wird es warm draußen heuer? Es ist unberechenbar. Es kann in 14 Tagen schönes Wetter geben. Was weiß man. Schauen wir mal. Es ist halt, solange Salz auf der Straße ist, ist schade um das Motorrad. Aber schauen wir. So sehe ich das auch. Also drückt uns die Daumen, dass es möglichst schnell wieder möglichst warm wird und der Salz von der Straße gespielt werden kann. Den Daumen braucht ihr bitte auch, um unseren Kanal zu abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Sagt vielleicht noch, was ihr von dem Tune-Up haltet, was wir noch machen könnten. Und eure Meinung einfach dazu gerne unten drunter in die Kommentare. Ich lese mir alle durch und beantworte sie gern. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video zu dem Tune-Up wieder. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Ciao. Macht's gut. Ciao. Passt. Leises Wines KilIAN Wines Wines K Lud Wines Wines Wdos